Also Schafriester sind echt nervig. Halte durch Männer! Die meinen es ernst? Wo kommen die her? Schließ die Reihen! Die Ruhm ist sofort ausgeführt! Zu Befehl! Feindlicher Angriff! Steht sie zurück! Verstanden! Und ja, ich muss auf diesem Nahrungfaden sitzt. Was wollen die? Was? Wie? Aber so gut wie keine Chance. Die Ruhm ist so gut. So, befehl? Schließ die Reihen! Halte durch Männer! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Kommt, bringt mir die Nahrung! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schließ die Reihen! Schlagt sie zurück! Was wünscht die Ruhm? Alles klar! Alles klar! Was wünscht die Ruhm? Sie sind überall! Oh, noch ein Sehenspiel kommt her. Wo ist meine Keule? Was ist? Verschwindet! Die meinen es ernst! Darf ich töten? Wo kommen die her? Bereit! Ja! Folgt mir! Ja! Sofort! Zum Angriff! So, da ist die Nahrung endlich, die wir brauchen. Da bringt mir jetzt auch Belagerungstrolle. Nehme gleich drei Stück. Auf mein Zeichen! Und los! Und los! Clanbrüder zu mir! Verstärkt die Deckung! Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! Was doch gut! Was? Wie? Wie? Oh, Affen sind ja auch so da. Die Ruhne wird sofort ausgefeiert. Schließ die Reihen! So, Nummer drei. Damit sollten wir die Türme recht schnell eingerissen kriegen. Was? Wie? Nicht zurückweisen! Auf mein Zeichen! So, da sind meine Abwärts. Von mir aus. Hinterkomm. Was habt ihr gesagt? Wie viele? Sechs. Und ja, hier gibt es auch abgelegene Inseln, die man nicht erreichen kann. Darf ich töten? Auf mein Kommando. Darf ich töten? Auf meinen Befehl. Schnell. Was ist? Achtung. Zurück mit euch. Was ist meine Keule? Kämpft. Was ist auch gut? Verteidigt euch. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was wünscht ihr auf dem Weg? Feindlicher Angriff. Unverzüglich. Das finde ich jetzt nicht so toll. Darf ich töten? Verstanden. Von mir aus. Schiss. Verstanden. Reiß bitte diese Türme ein. Bitte, bitte. Langsam reicht es mir. Kämpft. Ach, schön. Auch gut. Ach, gut. Achtung. Was ist passiert? Auch gut. Was ist passiert? So, der Turm ist mal ein Zeichen eingerissen. Weg mit dem Ding da. Treff ihn noch, bitte. Wo ist meine Keule? Sehr schön dunkler Fluch. Was, wie? Geht's los? Verstanden. So, der hat ein paar Sachen dabei. Zeit zu sterben. Ja, die Säule berühren. So. Mir nach. Da ist tatsächlich noch ein Schafpriester gespawnt. Ja, könnt mich nicht versehen. Und los, zur Ehre Aonius. Halte durch, Männer. Stehe bereit. Alles klar. Verstärkt die Deckung. Gut. Die sollen weggehen. Hier. Schnell. Was kostet eigentlich so eine Holz und Stein? Davon haben wir genug. Haben wir auch jetzt sehr viel Eisen. Dadurch, dass ich die Eisenproduktion einfach mal verdoppelt habe. Wo ist meine Keule? Wo ist meine Keule? Was ist auch gut? Was ist auch gut? Auch gut. Auf mein Kommando. Und los. Folgt mir. Was ist? Die Priester können sie ziemlich leicht kloppen. So, die nächsten zwei dunklen Türme. Hier. Was denn? Auch gut. Geht's los. Geht's los. Ihr Haus. Was? Verstanden. Auf mein Zeichen. In die Schlacht. Hier. Zur Ehre Aonius. Verschwindet. Okay. Hier sind zwei. Zurück mit euch. Was ist? Wo ist meine Keule? Wo kommen die her? Auf mein Kommando. Die sollen weggehen. Ja. Ringen wir es zu Ende. Okay. Was gibt das immer? Und du solltest doch schon längst die scheiß Aura deaktiviert haben. Stehe bereit. So. Die Säule berühren. Auf meinem Befehl. Sofort. Befehl. Und sorry, dass ich jetzt anfange schon zu fluchen, aber das da ist ein Chaos hoch 10 Grad bei meinen Heroes. Sie sind überall. Verstärkt die Deckung. Haltet durch Männer. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Schließt die Reihen. Verstärkt die Deckung. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Die Deckung. Was du in den unten? Oh Gott. Nein, 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 nein. Vorwärts. Das verknappt. Oh, schön. Wo kommen die her? Sie sind überall. Wird sofort ausgeführt. Haltet durch Männer. Auf dem Weg. Verstärkt die Deckung. Haltet durch Männer. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Da ist die Töten. Auch gut. Was macht ihr da? Von mir aus. Wo ist meine Keule? Ach. Die sollen weggehen. Haltet durch Männer.